Spannende 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 Okay, mal sehen, ob ich uns hier rausbringe. Das liegt hier schon länger. Hat ewig keinen Planetarsprung gemacht. Zum Glück haben es die Gefallenen nicht ganz ausgeweidet. Fliegt es noch? Das krieg ich hin. Also gut. Für den Orbit reicht es nicht. Aber zur Stadt kommen wir damit. Und jetzt der Teleporter. Ich hole dich mal. Um die kannst du dich später kümmern. Jetzt geht's nach Hause. Und jetzt geht's nach Hause. Und jetzt geht's nach Hause. Willkommen in der letzten sicheren Stadt auf Erden. Dem letzten Ort, den der Reisende noch schützen kann. Es hat Jahrhunderte gedauert, sie zu bauen. Und jetzt zählen wir jeden Tag, den sie noch steht. Und in diesem Turm leben die Hüter.